Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, liebe Autofans. Limousine, T-Modell, Coupé und Cabrio. Die C-Klasse ist gut aufgestellt auf dem Platz. Spannungsgeladene Linien, muskulöse Flächen, das sieht erstmal ziemlich gut aus. Dank Multi-Beam-LED-Scheinwerfern hat ja nicht nur der Schiri den perfekten Durchblick. Ein Traum. Einfach klasse gemacht mit den effizienten und leistungsstarken Motoren und dem Automatikgetriebe 9G-Tronic. Sportlich und agil, so wünscht man sich das. Und wow, das voll digitale Instrumenten- und Mediadisplay. Die Vielzahl der Sicherheits- und Assistenzsysteme kann jeden Fahrer ganz stark unterstützen. Für die richtigen Abstände kann optional der aktive Abstandsassistent Distronic sorgen und so versehentliche Fouls mit dem vorausfahrenden Fahrzeug vermeiden. Dank Mercedes-Me Connect sind Fahrer und Fahrzeug richtig gut vernetzt. Weltklasse. Coupé und Cabrio stehen bereit, höre ich gerade aus der Regie. Da dreht sich alles um den Fahrspaß. So macht man das mit der Sportlichkeit ohne Verzicht auf Komfort und Design. Atemberaubend, klar sinnlich. So kann ein Traumwagen aussehen. Ja, dank Aircap und Airs-Carf kann so das ganze Jahr über Cabrio-Saison sein. Mein Blick aufs Team wird klar, auf jeder Position bestens besetzt. Das sportliche Fahrwerk, mit dem man trotzdem nicht auf Komfort verzichten muss, zeigt Höchstleistungen. Und dank Dynamic Body Control kann die Dämpfung jeder Spielsituation angepasst werden. Von komfortabel bis sportlich. Der Vorwärtsdrang, die Dynamik, die Modernität. Spüren Sie das? Die C-Klasse-Familie dominiert den Platz. Spüren Sie das? Spüren Sie die Adventistin? Vielen Dank.